In der nächsten Folge von Asynchron geht es um folgende Themen. Aus Norwegen kommen derzeit eine Reihe von erfolgreichen TV-Produktionen. Aber sind die Übersetzungen ins Deutsche so gut wie die Inhalte? Wir sehen uns die Serien Lillehammer und Hellfjord an. Sie haben aber einen meiner Männer verprügelt. Das bleibt nicht. Wie sagt man, Ustraffa? Ungestraft. Bitte, Sie können ruhig Norweger schrien. Ja, 1 zu 0 für mich. Willkommen bei Hellfisch, Heimat von 45 glücklichen Arbeitern. Oh, Verzeihung, 44. Die meisten von Ihnen arbeiten in dieser Halle. Asynchron, das Synchronmagazin, natürlich nur bei Massengeschmack.